Alleins beißen. Also das liegt verreckt jetzt an den Zombie. Ja genau ey. Das Projekt ist sowieso vorbei. Also es ist jetzt egal. Und ja genau. Ihr könnt die Map downloaden auf jeden Fall. Link in der Beschreibung. Und ja ansonsten. Gibt es noch. Vielleicht oder kann man nochmal ein bisschen hier rum gehen. Und irgendwas fertig machen oder so. Zum Beispiel wollte ich mir noch eine Feldhacke machen. Und hier mal die Felder wieder fixen. Ja. Und du stirbst wieder vom Enderman. Ach für den Grasblock haben. Ach so. Ja das ist jetzt so wichtig. Wird sie ja noch was mit Behutsamkeit bauen oder so. Den Grasblock. Und sie kommen mit. Der Grasblock ist ganz wichtig. Ja wofür. Ach für da unten. Ah ok. Dann hat sie so gar einen Sinn. Ja nice. Und das muss jetzt noch wachsen. Das dauert auch bei ewig. Man muss noch Gras nach hier drüben legen. Und dann kann das rüber wachsen auch noch. Ja. Guck mal guck mal. Oh nein. Nicht wieder den Fisch essen. Ach bitte der Arme. Warum ist hier überhaupt so eine Treppe nochmal? Weiß ich nicht. Zur Konzertbühne. Oder diese Cobblestounds hier oben ey. Das ist ja auch schlimm. Wir mussten hier angefangen. Skywars Map. Ja genau. Wow. Und vor allem hier. Wie das Portal einfach aus ist. Aber vielleicht kann man ja dann im. Dings im Singleplayer hier. Normal spielen. Ohne Lex. Wie mit Athanos. Das wäre doch mal Premium. So. Hab's haben wir gemacht. Dein Internet ist das auch beste. Ja. Schon wieder. Ja. Zeig dich mal ne besten Seite. Du bist gerade ein Roboter. Äh. Als nächstes kommt dann wieder MapChanger. Geh. Dein Lieblingsprojekt. Ja. Äh. Ach scheiße. Krieg ich wieder aufs Maul. Naja. Aber es kommt ja immer einmal die Woche. Also da geht's ja noch. Und ja. Ähm. Ansonsten. Weiß ich nicht. Was gibt's noch zu sagen. Hardcore 9 ist dann mit Reis. Mal sehen wie lang das überlebt. Wahrscheinlich nicht lang. Ja. Das würde ich mal so gar nicht gucken. Vielleicht wird Rize mich dazu bringen. Äh. Mich in Lava zu ertränken. Oder so. Ich hoffe mal ob das genauso schlimmer wird wie wie uns abkommt. Ja unser Hardcore war legendär. Ja muss man ja sagen. Also es war schon lustig ne. Am legendärsten war mein Inventar bei Tiny Crafted Day. Ah. Der einfach mal so netter Stand Inventar hatte. Ach. Unterbogen mit VRM. mit Verbrennung. Ja moin. Ach ja stimmt. Stimmt. Wo man gesehen hat, dass es gecheatet ist schon ey. Ach. Mich hätte auch mein Schwerd noch Flamme drauf machen müssen. So das hier ist noch mein Inventar. Das lasse ich einfach mal hier drinnen. Ah da hätte ich auch noch Holz gehabt. Ah ne doch nicht. Also nicht. Ich weiß nicht. Also die Map sprengen. Nein nein lass das doch. Die Map ist doch geil. Die wollen wir auch. Ich zieh schnell den Backup und wir sprengen die Map. Ach das ist doch scheiße. Ach das ist doch scheiße ey. Was bringt das? Wir haben danach ja was gesprengtes. Und es leckt noch mal schön groß. Haben wir da jetzt nichts von. Das war ja bei Tiny damals krass, weil wir ja die anderen Leute noch verarscht haben. Weißt du? Mhm. Und wahrscheinlich hat der Red Tiger deswegen dann keinen Bock mehr auf die Tiny Gruppe. Aber ja. Hat der Tiny Sechster noch dabei oder nicht? Ja schon, aber sie war immer seltener online. Und dann war's das jetzt. Also kurzer Cut und dann bis später. Okay. Ich würde sagen los geht's mit dem Battle. Ja. Ja ich dachte er kommt. Ah. Okay. Let's go. So ich hoffe ich hab'n Chance. Ja. Ach du scheiße. Da macht er gleich seine Tricks. Oh oh. Ey verwüßt du nicht die Welt noch mehr? Oh man ey. Jetzt macht er sich wieder eine Sky Base. Das ist wieder klar. Die Fortnite Grundkenntnisse. Hey wieso hast du überhaupt wieder Steine? Dann krieg ich aber auch welche. Mann. Ja. Oh lol. Meine Maus. Oh. Ich hab halt ne relativ schlechte Maus grad im Einsatz deswegen. Das musst du beachten ne. Vor allem ich baue mir die ganzen Felder ab ey. Das kann ich dann wieder alles hinsetzen. Das mach ich schon mal direkt jetzt. Da brauch ich meine Hone noch. Ja. Ja ich will einfach dass das ordentliche ist. Ja nehm ich die Holzhacke. Die muss ja auch mal verwendet werden. Ey. Hallo Veit. Nein. Ich will jetzt hier das Feld wagern ja. Oh shit. Oh shit warte mal. Oh. Zum Glück hab ich's noch geschafft. Ey du lockst dich doch bestimmt gleich wieder aus. Ich doch nie. Nein. Nur nicht. Was sind alle gleich ja. Riepsel und du. Alle locken sie sich aus wenn's gefährlich wird. Weiß ich der Bus ist Kappa. Ja. Was ist das denn. Ich treff gar nicht. Was ist das für ein Scheiß. Oh lol. Was. Hä. Als ob. Wir machen bis zwei. Ja genau. Na egal. Ich hebe mich mal voll. Ah hier sind die Beat Roots. Das könnte so ne Band sein. So ne alte ja. Die Beat Roots oder so. Was ist das denn. Ah man. So ich verbessere noch mal ne Rüstung gemacht da mal ein Dings Resistenz drauf damit man äh nicht Resistenz hier wird. Äh haltbarkeit. Mhm. Damit die nicht in den Aus geht so schnell. Okay. Schmeckt. So ich hab jetzt hier mal so wie so nen Bahnsteig gemacht weißt du wo man so auf das Feld dann kommt. Aus dem Wasser. Kann man auch Wasserleiter nennen aber das machen nur die Mainstream Leute. Ja. Ey. Junge. Mach nicht wieder das Feld kaputt. Ich war gerade fertig. Mann. Hier ist schon wieder alles abgeandelt. Ja. So. Jetzt kann ich endlich wieder anpflanzen. Ach ey. Hallo. Du bist wie der der früher zu Besuch kam und das äh die Lego Bausteine erstmal alle durcheinander bringen weißt du. Ah ey. Hey ich hatte doch zwei Herzen das geht nicht. Nee. Nur nicht. Ich hatte halt echt noch zwei Herzen eigentlich. Siehste mit OP Equip bin ich eben doch unbesiegbar. Bin einfach ne Maschine. Musst ja mal sagen. Dieses abgebaute Feld hier ey. Weißt du wir ernten einfach so unser Feld. Ja. Das ist einfach nur so ne Verwirrungstaktik. Ha. Hä. Ist da nicht ein Frosch gestorben? Hm. Möglicherweise. Aber in my mind ist nicht mehr in meinen Shards ne. Wow. Ich steige irgendwie hier eins. Ja. Ah es war schon mal nicht mehr drin. Ist ja dann wieder eingestiegen gewesen. Also wahrscheinlich morgen steigt es wieder ein. Nee. Nicht zwingend. Morgen kommen ja keine Shards. Erst übermorgen. Attacke. Wow. Killten AFK Typen. Traurig. Ich dachte du bist nicht AFK. Nee man steht nur umsonst so da weißt du. Kann ja sein. Dass du im Moment da oder so bist. Oder ich weiß nicht. Ey. Mann. Co-Hands spreizen. Ey jetzt ist das noch alles hier verbuggt. Ich verteile meine Samen überall. Iiiiih. Kein Ersten. Ach shit ey. Mann. Du musst da gleich zwei. Das ist schon ein harter Tobak. Und du zerlatschst halt dein Feld selbst ne. Ja. Auch. Alter. Ich geb mich nicht geschlagen bis du tot bist. Die Folge ist bändet. Ja. Okay. Wie sehr glatt. Wie sehr glatt. Für mich nicht.